Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Salatspießchen mit Mozzarella. Die Salatspießchen mit Mozzarella greifen das Thema Insalata Caprese auf und definieren ihn mal wieder etwas anders. Als feine Beilage zum Abendessen oder beim Grillen, sie werden immer wieder gerne genommen. Für 16 Spieße werden folgende Zutaten benötigt. 8 Kirschtomaten, Packung Mini-Mozzarella-Kügelchen, halbe gelbe Paprika, 1-4 Salatgurke, frisches Basilikum, rote Zwiebel, 2-10 frischer Knoblauch, kleine Peperoni, unbehandelte Zitrone, etwas frischer Oregano, 100 ml natives Olivenöl, frisch gemahlener Pfeffer, Salz. Folgende Utensilien werden benötigt. Messer, Schneidebrett, 2 Schüsseln, Schneebesen, 16 Holzstäbchen, Zestenreißer, Frischhaltefolie, Küchenpapier. Zubereitung Vorbereitung Die Tomaten waschen, trocknen und halbieren. Den Mozzarella abtropfen lassen und trocknen. Die Paprika waschen, trocknen, halbieren, den Stielansatz und das Kerngehäuse entfernen und in kleine Teile schneiden. Dann die Gurke waschen, trocknen und in Scheiben schneiden. Die Basilikumblätter von den Stielen zupfen, waschen und trocknen. Marinade Die Zwiebel sowie den Knoblauch pellen und fein würfeln. Den Peperoni waschen, trocknen, den Stielansatz abschneiden, längs halbieren, das Kerngehäuse entfernen und fein würfeln. Die Zitrone gründlich waschen, trocknen und mit einem Zestenreißer ein paar feine Zesten abschneiden. Den Oregano waschen, trocknen, die Blätter von den Stielen zupfen und schneiden. Einige Basilikumblätter klein schneiden, alles in eine Schüssel geben. Das Olivenöl dazu geben und gut vermischen. Spieße Auf die Spieße zuerst eine halbe Tomate, dann eine Scheibe Gurke, eine Kugel Mozzarella und zwei Stücke Paprika geben. Die Spieße in einer Schüssel anrichten und mit Salz sowie Pfeffer würzen. Mit der Marinade übergießen. Die Schüssel mit Frischhaltefolie abdecken und die Spieße im Kühlschrank mindestens eine Stunde marinieren lassen. Danach zur Speise nach Wahl oder als leichtes Solo-Gericht gekühlt servieren. Als Beilagen eignen sich Dazu passt Weißbrot, Barget oder Ciabatta. Diese Varianten gibt es. Hier kann man einmal wieder seine Fantasie spielen lassen. Man kann die Spieße mit allem möglichen bereichern und verändern. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Wow! Das war's wahacvoll. The Fall waren wir malbar. Die Spieße mit Frischhaltefolie. Das war sehr。